Ja, meine Freunde, war's gerne. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute mache ich ein Reaction-Video. Das war mein erstes Reaction-Video. Und wenn es euch gefällt, lasst mit einem Daumen nach oben da. Und zwar heute reagiere ich auf ein Wein, also auf Wein-Videos, die cringe sind. Und ja, ich hoffe, das gefällt euch. Und ich gebe später. Ist das echt? Äh. Das war doch gerade ekelhaft, Mann. Ba, ba, ba. Äh. What the fuck, was macht die da? Oh mein Gott, Alter, Mann. Alter, die Leute haben keinen Fremdschaum. Das ist Merz-Cringe. Alter, das wäre ein Unterricht, oder was? Alter, wenn das bei uns in Deutschland so wäre. Alter, die Leute haben keinen Fremd. Alter. Guck dir. Alter. Alter. krank was ist das? was ist das? Alter ey, ich kann mich nicht an... egal, scheiß Robi, komm weiter der hat doch nichts WTF, der hat doch nichts, wo will der sich pushen? Check ich nicht hör auf! hör auf! hör auf! hör auf! schlippt homo doch, hör doch auf Das meine ich, wie ekelhaft ist das? Das sieht doch nicht geil aus. Das sieht doch aus wie, hä? Wenn so einer vor mir stehen würde, ich würde ihn auslachen. Wenn so ein Mensch vor mir stehen würde, Alter, ich würde dir keinen geben. A wide animal. I'm tired of having to hunt for my prey. I'm tired of eating bloody carcasses and walking through the jungle with all the poisonous snakes. I want to be a domestic animal. That's why I came here to the North-Sendish Council. Nein, ich will sowas nicht weiterhören. Ihr könnt es weiterhören, aber ich höre sowas nicht weiterhören. Wie es vorbei ist. Nein. Das ist nicht richtig. Das ist kein Charme. Ist das nicht im Ernst? Das ist geil. Was machen die? Was machen die? Nein. Was machen die, Alter? Machen die das extra? Wollen die extra cringe werden? Was ein Vollidiot. Aber noch mal so... Alter, wie dumm muss man sein? Sag mir das mal. Wie dumm. Wie dumm. Also... Was machen das? Was ist das wahr? Ich finde es schön. Ich lasse es nicht hören. Ich lasse es nicht hören. Ist vorbei? Und wenn es euch gefällt, bitte, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch weitere Videos von Cringe-Videos sehen wollt, TikTok vielleicht. Also TikTok habe ich nicht so in Planung, weil das machen schon viele YouTuber eher so weinen, Cringe. Oder Instagram-Rapper, sowas. Bitte lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mir eure Lieblings-Instagram-Rapper auf. Außer jetzt Mero, Cero, die ist das. Also die auf Newcomer sind und auf die reagiert werden.